Das persönliche Gebet zu gestalten kann manchmal echt herausfordernd sein, ja uns manchmal richtig gehend überfordern. Dieser Podcast ist hier, um zu helfen. Mehr dazu gleich. Gleichzeitig ist es ein erster Versuch der Petrusbruderschaft, euch auf diesem Weg zu erreichen. Wenn wir sehen, dass ihr Freude daran habt und Nutzen daraus ziehen könnt, soll er auch im kommenden Jahr in der Fastenzeit wieder erscheinen. Darum freuen wir uns immer über eine Rückmeldung. Ihr erreicht uns einfach per Telegram oder Mail an podcast.petrusbruderschaft.org. Dieser Podcast wird von Seminaristen des Priesterseminars St. Petrus in Wiegradsbad und in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Distrikt der Priesterbruderschaft St. Petrus produziert. Wir, das sind Gerolf und Stefan, Seminaristen aus Österreich und der Schweiz, begleiten euch mit diesem Podcast durch die Fastenzeit. Die Impulse werden täglich auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und YouTube veröffentlicht, sowie über die Telegram-Gruppe verteilt. In der Telegram-Gruppe findet ihr, genauso wie auf der Homepage petrusbruderschaft.de, alle wichtigen Informationen dazu. QuadraCast, der Fasten-Podcast aus dem Priesterseminar St. Petrus, dient einem Ziel. Christus besser kennen und lieben zu lernen. Es gibt eine ganze Bandbreite an katholischen Podcasts, solche, die einen mehr apologetischen Schwerpunkt haben und andere, die mehr katechetisch oder wissenschaftlich sind. QuadraCast soll einen spirituellen Schwerpunkt haben. Unsere Hoffnung ist es, durch diese Reihe die Begegnung mit Gott durch das tägliche, betrachtende Gebet zu erleichtern und zu vertiefen. In dieser 40-tägigen Fastenzeit, oder wie sie auch auf Latein heißt, Quadragesima, stellen wir den Hörern die Methode der Betrachtung nach dem heiligen Ignatius von Loyola vor und üben diese anhand von sieben Tugenden und sieben Meistern des geistlichen Lebens, wie zum Beispiel der heiligen Edith Stein oder Bischof Fulton Sheen, gemeinsam mit allen ein, die diesem Podcast folgen. Diese Form des persönlichen Gebetes ist nur eine von vielen, aber sie wurde von der Kirche stets besonders empfohlen. Persönlich gefällt sie mir besonders, weil sie kurz und knackig ist und besonders an den Tagen, wo das Gebet trocken ist, eine wertvolle Hilfe sein kann, dennoch in eine Begegnung mit Gott zu kommen. Jeder der sieben Wochen der Fastenzeit ist eine Tugend gewidmet. Diese behandeln wir in einem 6-plus-1-Schema. Was heisst das? Jeweils zum Auftakt der Woche, am Sonntag, senden wir eine längere Gesprächsfolge. Unser Gast ist der Seminarist, welcher die Impulse und Betrachtungspunkte der kommenden Woche gestaltet. Wir lernen mit ihm zusammen den geistlichen Meister kennen und versuchen die Tugend ganz konkret zu fassen, das heisst anhand von Beispielen und persönlichen Erfahrungen. In den folgenden Tagen erhaltet ihr einen kurzen, ca. 3-4-minütigen Impuls, in welchem verschiedene Aspekte dieser Tugend beleuchtet werden. Sie dienen als Nahrung für die tägliche Betrachtung. Dazu erhaltet ihr auch drei konkrete Betrachtungspunkte, die euch helfen, die Gebetszeit zu ordnen. Bevor wir gemeinsam in die Fastenzeit starten, kommt klassischerweise die Vorfastenzeit. Und in dieser beginnen wir diese Podcast-Reihe mit einem Gespräch. Und zwar mit Pater Rüpton, Regens, des Priesterseminars St. Petrus. Mit ihm gehen wir der Frage nach, wie das innere betrachtende Gebet und das Zeugnis für das Evangelium in unserem Alltag miteinander verbunden sind. Wie sie sich gegenseitig bedingen und bestärken. In einer zweiten vorfastenzeitlichen Sendung ordnen wir die täglichen Impulse zusammen mit Pater Bernhard Denicke, dem Subregens und Leiter des Spiritualitätsjahrs in unserem Priesterseminar, in den Kontext der Liturgie der Kirche ein. Was hat Betrachten mit Fasten gemeinsam? Warum überhaupt Fasten? Warum kein geistlicher Fortschritt ohne Fasten und Opfer? Außerdem reden wir darüber, wie wir die Tugenden konkret in diesen kommenden Tagen üben können. Schlussendlich lernen wir in der dritten Folge die Betrachtungsmethode des heiligen Ignatius ausführlich kennen. Dabei starten wir ganz grundlegend mit dem Gebet an sich. Wir unterhalten uns über das, was das innere Gebet speziell macht und von anderen Formen unterscheidet. Und natürlich lernen wir die Methode kennen, wie sie aufgebaut ist und was wichtig ist. Auch gehen wir auf mögliche Schwierigkeiten ein und geben einige Tipps, wie wir damit umgehen können. Und was kommt dann? Daneben, dass ich hoffentlich ein bisschen tugendhafter bin, hoffen wir, dass ihr eine Methode erlernt habt, um euer Gebetsleben zu strukturieren und zu vertiefen. Gleichzeitig habt ihr einen ganzen Strauß an neuen geistlichen Meistern kennengelernt, als Inspiration für eure Betrachtung. Vergesst nicht, uns nun auf den Podcast-Plattformen zu abonnieren und der Telegram-Gruppe beizutreten. Und nun freuen wir uns gemeinsam mit euch auf dieses Projekt. Und da es mehr als nur ein erster Weg durch die Wiese ist, empfehlen wir uns in diesem Sinne ganz euren Gebet an. Wir hören uns das nächste Mal am 5. Februar, dann zusammen mit unserem Gast, dem Regens des Priesterseminars. Wir hören uns das nächste Mal am 5. Februar,